Ziel dieser Übung ist die Kräftigung der Rumpfmuskulatur. Begeben Sie sich in den Vierfüßlerstand. Die Beine sind hüftweit, die Hände schulterweit aufgestellt. Die Ellenbogen sind leicht gebeugt. Versuchen Sie Wirbelsäule und Kopf in einer Linie zu halten. Dabei ist der Bauch angespannt. Strecken Sie einen Arm und das diagonale Bein aus und heben Sie beides an. Als weitere Variante ziehen Sie Knie und Ellenbogen unter dem Bauch zusammen und strecken Sie sie wieder aus. Wiederholen Sie dies mit der anderen Seite. Wir empfehlen 10 Wiederholungen pro Seite. Bis zu 3 Serien sind möglich.